So und damit herzlich willkommen zurück zu CS, ja nicht Noob, es sind nicht alle Noobs hier, aber manche. Keiner hält die Hand. So, Teams haben sich verändert. Ray spielt mit mir und bunter und farb in einem Team. Geht nicht. Geht nicht, ne. Ja, ich bin grad bisschen verwirrt. Okay. Was da so ein Hinder-Dings ist. Haben wir schon genug Steps gehört. Hinter uns! Nice, fuck. Zusammen, zusammen schaffen wir das, Simon. Hä? Ich dachte, da ist noch einer. Boah, der, okay, relax. Au! Wicht gekocht. Boah, scheiße, ey. Abbelastend. Wie Kleiner schon sein Fadenkreuz eingestellt hat. Achso, das sieht man ja. Jetzt sieht man das. Ja, ja. Das sieht alle geil aus. Das ist wahrscheinlich ein Grund, warum ich auch immer daneben latze. Ja, ja, genau. Ich sehe Kleiner das Fadenkreuz, dass du genauer wirst. Das ist die Theorie zumindest mal. Ich kann es ja mit Eddings mit einem Punkt auf dem Bildschirm machen. Das bringt nichts. Boah, ich habe gar keine Flash gekauft. Also, ich habe auch kein Geld dafür. Ja. Yes, yes, Maria. Wie willst du denn da was machen, ey? Oh, scheiße, ja. Was? Was? Hä? Ich wollte gerade auf Simon schießen. Da ist er schon tot. Da gibt es doch überhaupt kein... Hä, wie hast du denn das jetzt gemacht? Einmal von gegenüber und einmal fahren wir durch die Mauer? Nein, beide von der Einseite haben geschlichen. Die haben mich halt nicht gehört. Wow. Oh, Simon. Kann man da drüber nicht schmeißen? Nein. Kann man bestimmt hier so... Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie der Bombspot halt hier ist, aber... ... würde sagen wir ja. Ja, natürlich. Direkt weg. Einen habe ich erwischt. Ja, was? Was? Also, eine Sache kann ich dir schon mal sagen. ... rumhoppeln, ja? Äh, nur wenn du nicht zurückschießen kannst. Weil sonst bist du chancenlos. Sobald du springst, hast du keine... Ja, hast du Flugbahn. Hast du feste Flugbahn. Ja, nee, dann kannst du nicht. Da kannst du nicht reagieren oder schießen oder wie auch immer. Das kannst du vollknicken. Fuck! Ich dachte, er ist noch gebl... Er ist noch blind. Oh, Alter. Ja, ich war schon wieder... Also, ich habe nicht mehr fehlen, Marin. Oh, fuck, da ist er. Ich habe gerade noch gesehen. Er ist hinten im Eck. Hinter der Hütte. Hinter der Scheißhütte. Oh, nein! Der ist schon links. Das ist gerade klar. Wie viel Pech kann man haben? Ja, gut, ich habe sie mir jetzt auch angesagt, wo du bist, ne? Ja, eben deswegen dachte ich, ich gehe in der Entdeckung, lad nach und dann kann ich mich meine stellen. Aber dann war er schon da. Ach, komm, nimm mal die mal. Ich fand die eigentlich ganz lustig. Let's go, let's go! Da habe ich ja ganz schön viele Steps von denen immer. Wint mal. Oh, unten! Direkt unten. Ja, der andere wird eh da schon wieder rumgeilen. Ach, fuck! Hätte ich von oben geschossen, ich Idiot! Du hättest mich nicht gesehen. Boah, wie alt drückt. Das ist nicht schlimm. Ich habe einen kleinen Mal einmal getroffen. Einfach nur einmal. Echt? Also... Ich will die Bombe legen. Ah, fuck, das geht, oder? Ja, das ist... Geht nicht. Das ist echt... Ach so, es geht schon, aber... Ich war... zu spät. Wie kann man eigentlich eine Entscheidung machen? Äh, rechts. Also, es gibt zwei M4s. Das musst du einstellen im Hauptmenü. Es gibt zwei M4s in Go. Das ist das erste, was ich damals leider... äh... leider... erfahren musste. Walze, man fängt ein Erster an und man trotzdem kriegt man direkt den Hedger. Du hast gar nichts getroffen, halt. Das war schlecht. Ja eben, ne? 0x! Ich lege dein Papier auf und nichts trifft. Leg ruhig die Bombe, leg ruhig die Bombe. Ja, come on ey. In die Endcamp. Ja, wenn du einen Zugzwang bist, was willst du machen, ne? Ja, ne, ne, alles gut. Ich bin da überhaupt nicht so gereicht. Ja, das hat noch gereicht. Ja, es gibt extra Geld. Es ist immer, immer legen, immer legen, wenn es geht. Auch wenn du schon längst gewonnen hast. Es gibt immer, immer Geld. Ja, ich weiß nicht, die Map gefällt mir nicht. Warum auch immer? Ja, ich habe es gerade vor der Aufnahme schon gesagt, ich habe es doch mal früher von meinem Plan. Da sitzen sie beide. Da sitzen sie beide und springt runter und drückt mir den Headshot. Mach mal aus. Bitte. Okay, da können Sie jetzt auch die Headshot. Von hinten schon. Hinten, äh, beim Ausgang oben. Ja, ja, er ist, glaube ich, hochgesprungen, wo ich runtergesprungen bin. Ja, ja! Ich weiß halt nicht, wie die Map so wirklich aussieht von da. Aber ich leg mal Bombe, ne? So los, hier legen tatsächlich. Ah, er kommt von hinten, da wo ich gestorben bin. Da geht's auch raus. Boah, wo denn? Direkt am Brunnen. Direkt an der Bombe. Ich bin auf der Bombe quasi. Hat euch meine Flash nicht getroffen? Doch, doch. Ein bisschen, aber nicht arg. Ganz wenig lässt, lässt, lässt wenig. Ähm. Ne, du kannst bei, im Hauptmenü kannst du einstellen, ob du die M4 mit Jolly willst. Ja, aber noch 25 Schuss, glaube ich, oder so. Oder die ohne, dir dann 30 oder sowas. Oh, wie ich daneben geimpft habe. Aber stark geschossen. Yeah! Sehr gut, Simon. Richtig missklickt, ey. Ah, da kann man auch runter. Interessant. Da hab ich's verraten, ne? Das Simon war direkt oben. Schade. Ich hab aber Simon noch erwischt. Echt? Hast du Simon noch gehofft? Ja, Simon hat er noch erwischt. Ja, Simon hat er noch erwischt. Die Distanz. Man sieht eigentlich nur den Kopf. Martin drückt wieder rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Auf CT stell ich mir das echt schwierig vor, gerade. Ja. 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 Ja, 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 ja. Geht, äh, einfacher, ne? Let's go. Ah, come on, wo hab ich hingeschossen? Ich bin Martin High. Das ist echt, das ist halt echt super geschickt mit dem kleinen Faden. Wie ich missklicken, Alter. Wie ich missklicken, Alter, wie schlecht. Das hätten wir nicht verlieren müssen. Ja, ich hätte auch Simon holen müssen, wenn ich nicht so schnell gekauft hätte. Ja, cool, Alter. Äh, nicht, nicht kaufen, nicht kaufen. Wie wollen? So muss das sein, ne? Äh, weh, weh. Folgen wir mal. Tosätig aus. Schalalala. Ach, drück mal hier entlang, okay. Oh ja, die haben das. Ah, fuck. Wuhu! Ich hab gar nicht, ich hab gar nicht getroffen. Ja, Mann, drück mir mit der Pistol einen Headshot. Aber er hat noch was getroffen. Ja, Mann, ich drück mir mit der Pistol einen Headshot. Ja, Mann, ich drück nur Headshot, das ist unglaublich. Ja, Mann, du ist halt. Wenn du halt nur deinen Kopf rausstreckst. Ähm, nochmal nichts kaufen, nochmal nichts kaufen. Wir haben ja, wir haben ja Vorsprung. Ich hab auch getroffen. Aber ich hab keinen Headshot gemacht. Aber lass, lass, äh, anders. Simon weiß, wo wir jetzt entlang gehen. Noch mal mir hinterher. Wohin? Hallo, Sie! Folg mir. Hm, gib. Geh entlang. Geh, jetzt bist du frei. Ah, ah! Ah, 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 ah! Als ob ich daneben schieß. Wieso kann ich mich nicht bewegen, wenn ich getroffen werde, ey? Da oben. Scheiße. Wir haben beide gut gefressen. Ich bin ganz unterm Grund. Geh, und ich hab einen Radlern. Hab ich ein bisschen getroffen, aber nicht viel. Ja, geil. Waffen nehmen. Und... Geld gespart. Ja, da hat auch gerade eine. Ich hab auch ein Problem, wenn ich, wenn ich Anti bin, welche Waffe ich nehme. Ich nehm immer M4. Ja. Ja. Auf, ähm, Anti... Auf Anti nehme ich immer, immer M4. Aber auf, auf Terror... Ich hab keine Ahnung, was ich... Die AK ist doch nicht schlecht. Ich find's nicht gut. Also ich, ich treff mir der AK zu wenig. AK musst du halt immer auf den Kopf. Und wenn du nicht immer aufhören zu schießen, auf Dauerfeuer. AK ist ein paar Sprechen. Fuck. Beide Deutsch. Ich hätte direkt, ich hätte direkt schießen sollen. Links kommt Fabi. Also da... Links von... vom... vom... Ja, ja. Komm von hinten. Ich guck noch mal kurz nach links und dann nach rechts und dann kommt da raus. Ich war ja dann nicht mehr viel, oder? Nee, nee. Also normalerweise wäre das auch ein richtig schlechter Treffer gewesen. Ahhhh. Aber in CS ist halt so die Devise lieber schießt, als schießt du nicht. Nimm mal den höchstens schon wieder zu zweit. Du höchstens komisch ist... Also... Gibt's ne... Gibt's ne Rückrunde, oder? Ja, 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 ja. Dann machen wir ne Rückrunde. Ist klar. Ne, ich bringe hier auf. Okay, dann fangen wir jetzt wieder bei CT an. CT an, ja. Äh, und wir nehmen Terror. Okay. Äh, ich kauf übrigens die Fuse. Du musst du nicht kaufen, ne? Vielleicht, wenn's einer. Die erste Runde gefällt mir am besten am besten. Ja, Pistol Round hat mir auch früher immer am meisten gefallen. Allerdings nur als CT, weil die Clock ist halt einfach ultra scheiße. Ja, ja. Oh, bist du schon raus? Alter, wie schnell. Ja, keine Chance. Nein. Matthias hat nicht mehr viel. Oh, da kommt der andere. Nice. Alla. So schnell hätte ich nicht gerechnet. Dass sie so schnell da sind. Ich hab's nicht gerechnet. Ich hab's nicht gerechnet. Ich hab's nicht gerechnet. Direkt rennen gehört. Da drüben. Ah, ich glaub ich ne mal... Simone. Es gibt halt keine, es gibt halt keine MP5 mehr, ne? Wie früher. Das war eigentlich immer meine Lieblingswaffe. Das ist echt schade. Schall genämpft. Also, ich hab eine. Ne, MP5 gibt's doch nicht mehr. Es gibt nur noch die Umb, oder? Nee, schön. Ich hab eine. Wer hat das Auto? 76 nur! Ja. Hä, aber das ist... Ist das eine MP5? Wie heißt die? Wie heißt die? MP5? Ja, die musst du im Menü ausrüsten. Ah, okay. MP5, S... Wo kann man die ausrüsten? Was, wo kann man die ausrüsten? Wusste ich nicht. Dann muss ich mal machen. Okay. Go, go, go! Ich hab so eine DM4 halt, äh, gewusst, dass man die ändern kann. Links? Äh, warte. Nicht rein, nicht rein. Lass sie kommen. Hier ist einer runtergesprungen. Ja. Bei mir. Fuck. Ich hab nur einen Treffer gelandet. Weiter bei mir, Simon. Bei mir, Simon. Verlängerung. Ja, ich hab 72. Ne, drück den Headshot. Japp, tschüss. Dann gibt ja auch noch einen Headshot. Aber wüsste, es ist so, dann weißt du ja genau schon, wo der Kopf kommt und... Ja. Also wenn du geduckt um die Ecke wärst, hätte er verschossen. Wahrscheinlich. Hätte er gar nichts getroffen, wahrscheinlich. Na, natürlich. Gleich wieder ein Headshot, weißt du? Ist der irgendwie größer? Ja, dann mach ich den Headshot hier hinten. So. Achso, genau der Trick wollte ich nochmal ausprobieren, mit dem Shally. Das hab ich letzte Aufnahme verkackt, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ob das jetzt geht, wenn... Aber ich glaub, es geht nicht. Früher ging das als... Let's go, let's go! Ne, geht nicht mehr. Komm, unten. Throwing a grenade. Beide? Einer wollte hinten raus, ist wieder zurück. Die können halt unten kommen, aber wenn wir beide was decken... Ja, natürlich! Fabi war im langen Gang auf jeden Fall. Fabi, komm! Ja. Ja, natürlich wieder Headshot, was will ich denn da machen? ein treffer habe ich gelandet ja das ist schon deprimiert muss ich sagen ich kann es nicht gesagt weiß nicht ob ich noch weißt du wie wenn du es als fahrernfänger gegen michael nicht mehr schon wieder ein headshot schon viel das steht auch so habe ich ein visier drauf da sollte ich auch mal irgendwie mehr treffen als sonst ich habe gerade eben von fabi schon einzelnen treffer kassiert jetzt genau das gleiche wieder ja einmal das macht ja mal nicht jetzt so oft ich habe leider keinen schaden dass die kunden und dann wird es klappen und dann ist schon zu spät aber darum spiele ich ja schon lieber muss ich schon sagen natürlich direkt direkt den headshot von martin weißt du bist du noch etwas sagen verdient verdient unglaublich ich bin gerade in dieser scheiß hütte das war richtig scheiße jetzt gerade diese drecks hütte ich kann einfach so seitlich reinlaufen bin ich irgendwie nicht mehr rein ich habe gerade was an meiner bucket list runtergestrichen ich habe auch schwachsinn gekauft ich weil ich auch irgendwie nicht dran gedacht hat dass der da unten ist das scheiße Scheiße leer. Ist das eigentlich der Harry Potter? Ich halte die Glocke, die Glocke ist so scheiße. Du machst fünf Treffer und trotzdem nur 60 Schaden, Alter. Das ist so eine Rotzschwaffe. Das war halt ein geiles Duell, muss ich sagen. Ja, ich habe das Streufeuer nicht mehr rausgekriegt, warum auch immer. Du musst kurz aufhören zu schießen, er braucht irgendwie Zeit, um das umzustellen. Ah, okay. Das war früher halt nicht so. Ich habe schon wieder an die Kante geschickt. Hä? Alter, die Backen, ey. Warst du das jetzt gerade? Gib mal, mach sie weg. Nee, Fabi war es. Er saß unten direkt auf den Fässern drauf. Ich bin gerade hin und dann hat er über mich gesprungen und ich habe die Flinte gehabt, leider nur. Ich hatte auch die Flinte. Ich habe die erst mal voll den Kopf wegrasiert. Ja, ich habe so lange gebraucht, bis ich wieder reingekommen bin. Schade, Simon, aber es war zwar nicht schlecht. Okay, keine Ahnung, jetzt habe ich halt auch schrotze. Na, was solltet, probieren wir es halt am Anfang. So verkehrt ist sie gar nicht. Ich kann schrotzen nicht. Und gegen mich sind sie so übelst effektiv. Also wenn ihr eine Geheimwaffe gegen mich wollt, dann nehmt ihr auch noch Schrotfläten. Der Möck muss auch in der Situation dafür sein. Mach ich noch mal ein paar Steps. Ja, der andere ist schon hinten durch, Fabian, von hinten, von hinten, von hinten. Okay, das ist so eine, die braucht 100 Jahre, bis sie nachlädt. Okay, ich verstehe, der ist unten. Ich darf von hinten, der andere ist jetzt hinter dir, hinter dir. Ja, scheiße, falsche Richtung. Ja. Ich habe erst überlegen müssen, ist er das oder bist du das? Da habe ich gesehen, ah ne, du bist tot. Ja, ja, ich habe mich dem Tod gebeten. Dann schließe ich mal lieber. Ja, natürlich, ich habe die Distanz mit der, weißt du, ich mache mit der, mit der M4 nicht genug Schaden. Ah, Fabian, direkt bei mir. Du hast mich halt am Anfang nicht getroffen, Simon. Ja, ich habe dich getroffen und du guckst kurz, was du nach außen guckst und machst du mit der MP5 mit der MP auf die Distanz einfach wieder lockerflockig einen Headshot. Easy. Ich habe ein paar Treffer gelandet. Ja, wir müssen jetzt aber auch einstellen. Du hast zwei Treffer gelandet, der zweite Ball Headshot. Kann man den Schalli dann auch abmachen bei der MP5? Okay, naja. Ne, kannst du nicht abmachen, ist fest. So, mal die Wechsel und wir beide. Ja, nächste Runde bin ich dann wieder im anderen Team. Das war jetzt die schöne Runde von meiner Seite aus, ne. Die nächste Runde seht ihr dann wieder, richtige, einmal Boden wischen. In diesem Sinne, ah, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.